Dieses Video handelt von den Optionen Mandatverwaltung und Black-and-Whitelist von CBPay. Normalerweise werden Mandate oder auch Sperrlisten von den Core-Banking-Systemen in den Stammdaten verwaltet, aber wenn das nicht möglich ist, kann CBPay diese Funktion übernehmen. Hier können jetzt manuell Mandate angelegt werden. Ich schaue dieses bestehende Mandat einmal an. Natürlich gibt es die in CEPA bekannten Ausführungsarten und alle Felder, die im Rahmen einer Lastschrift möglich sind. Bei der Eingabe werden wieder die Plausibilitäten geprüft, also bei der Gläubiger-ID und natürlich für die Bankverbindung. Und ich könnte auch eine Bilddatei hinterlegen, wenn zum Beispiel ein schriftliches Lastschriftmandat vorliegt. Im Menü Kontrolle kann ich jetzt die von einem anderen Benutzer angelegten Mandate freigeben, also für Augenprinzip. Das ist natürlich gewährleistet. Ich spreche das jetzt aber an dieser Stelle ab. Wenn ich mit Mandaten in CBPay arbeite, das heißt, wenn sie mir zur Verfügung stehen, habe ich bei der Erfassung von Lastschriften einen großen Vorteil. Und zwar, wenn ich hier die Lastschriften auswähle und jetzt eben Sätze erfasse, kann ich zwischen den bestehenden Mandaten auswählen. Und alle Felder sind entsprechend ausgefüllt vorbelegt. Und ich muss nur noch den Betrag eingeben. Ja, wie besprochen, dann auch noch ein kurzer Ausflug zu den Sperrlisten oder Black-and-White-Lists. Ich gehe mal hier in diesen bestehenden Eintrag und sehe, hier ist also eine bestimmte BIC gesperrt. Genauso könnte ich eben White-List, sprich nach Positiv-Kriterien, entsprechend auswählen und alle fachlich denkbaren Kriterien lassen sich hier berücksichtigen. Wenn Black- oder White-List-Einträge in CBPay vorhanden sind, werden alle eingehenden Zahlungen danach geprüft. In Sachen Mandatsprüfung habe ich allerdings noch etwas genauere Möglichkeiten der Einstellung, und zwar über die Prüfprofile. Ich schaue mir hier mal ein bestehendes Prüfprofil an. Hier gibt es im Reiter Mandatsprüfung die Möglichkeit, die Prüfungen ein- bzw. auszuschalten. Das heißt, das individuell im jeweiligen Prüfprofil zu berücksichtigen. Und wie immer kann ich bei der Prüfung dann eben auch festlegen, was passieren soll bei einem positiven Treffer. keine Reaktion abweisen oder eben in die Korrektur zu geben.